Wir befinden uns jetzt hier auf dem Zubringer, nördlicher Zubringer Richtung Autobahn A52. Hier vielleicht gesehen 70 kmh. So, weiter 70 kmh. So, und dann sieht man links und rechts jeweils ein Autobahn, Verkehrszeichen, Verkehrszeichen, Autobahn, blaues Schild, weiße Brücke drauf. Ja, da darf man schon Gas geben. Danach folgt die 100. Also rein theoretisch vom Autobahnschild bis zum 100er Schild, 130. Naja, wer es schafft, ein Tesla vielleicht. Aber, naja, gut. Die nächste Ausfahrt verlassen wir dann die Autobahn. In Rad. Ab der 300 Meter Barke setzen wir den Blinker nach rechts. Nicht auf der Linie fahren. Hier noch nicht bremsen. Einfädeln. Und Ausfädelungsstreifen. Hier werden wir bremsen. Dann die nächste Ausfahrt rechts raus. Runterbremsen. Bis ca. auf 50 kmh. Und dann wollen wir an der Ampel nach links abbiegen. Auch wieder ein Fehler, der häufig gemacht wird. Es wird sich jetzt hier falsch eingeordnet. Und auf welcher Seite bleiben wir? Wir bleiben auf der rechten Seite. Richtig. Genau. Und zweistreifiges Abbiegen. Breit nach vorne. Und wir kommen auch auf den rechten raus. Super. Gut. Gut. Gut.